Töööö und damit herzlich willkommen zurück zu Anfair Mario, diesmal mit dem sechsten Level meine ich, genau das dürfte das sechste Level sein, welches wir in der letzten Folge schon ganz kurz angetestet haben, diese Folge ist natürlich wie immer verlinkt, es ist natürlich sehr ansehenswert, genauso wie alle meine Videos, so, aber irgendwie weiß ich noch, dass das Level vom letzten Mal Ziemlich fies war, warum springe ich dort, ohne springen wäre nichts passiert, jetzt muss ich noch schnell auf die Uhr schauen, nicht dass die Folge viel zu lang oder viel zu kurz wird, weil das wollen wir natürlich alle nicht, zu lange folgen sind doof, zu kurze folgen sind doof, alles doof, so, springen wir einmal da drauf, diesmal haben wir den perfekt hinuntergeschmissen, hmm, wohin dürfen wir das, wir dürfen glaube ich hier hin und da drauf, bringt er mich um, nein, ok, das war glaube ich schon unser bester Versuch, aber das gehörte sich natürlich zu steigern, nicht zu steigern, sondern verbessern meine ich natürlich, ach, wir stellen uns mal wieder so doof an unser Spiel, es ist nach der Zeit einfach immer gleich, man muss, ich finde, es ist nicht einmal so, ein unbedingt Rage-Mod, also ich muss deswegen nicht Rage-Mod, sondern, es ist eher so ein, hm, wie soll man das nennen, Ok, hier kann, was, da war ja gar nichts, ah nein, das sind diese Spitzen, Frage ist nur, wohin kann ich da drüben dann springen, ähm, ganz kurz überlegen, genau, jetzt müssen wir den Block runter, schmeißen, und können nicht dorthin, hm, schade, wäre doch auch nur zu nett gewesen, und diese, diesen Abteil hasse ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, so, so Block hinunter und hinüber, dann springen wir mal hier hin, vielleicht kann man ja, ok, hier kann man nicht hin, vielleicht sollte man etwas näher landen, das ging ja wahrscheinlich auch, nein, so will ich das nicht, sondern lieber so, genau, Und da darf man natürlich auch nicht hin, darf man überhaupt irgendwo hinspringen, oder ist alles falsch, bei diesem Spiel ist irgendwie alles falsch, so, dann ganz ruhig, und auf diesen Block drauf, und jetzt schauen wir mal, vielleicht sollte man, oh, ok, das erklärt so einiges, vielleicht, ok, das darf man hin, wenn der Block weg ist, äh, haha, ich hätte gemeint, der Block taucht auf, so, dieser Anführerang geht jetzt auch schon immer schneller, haha, ich habe vergessen, dass der runter fliegt, ich habe ein Spatzengehirn, das finden wir natürlich alle toll, so, jetzt müssen wir uns konzentrieren, hier dürfen wir nicht runter, aber hier dürfen wir hin, diesmal müssen wir über den drüber, so dass wir da drauf und zum Checkpoint, So, dann können wir gleich versuchen, das Level weiter zu machen, ok, hier können wir drauf, was ist denn das, ok, das ist böse, ok, das erklärt wieder so einiges, da dürfen wir anscheinend auch nicht hin, dürfen wir hier hin, ok, hier dürfen wir hin, nein, hä, Nein, ich will doch nur da drüber springen, boing, ok, oh, das war mehr Glück als Verstand, ähm, so, jetzt ist die Aufnahme doch noch recht kurz, Ich würde sagen, dass wir jetzt, ich würde sagen, dass wir jetzt so wie bei der letzten Folge machen, dass wir, boah, wie viel Glück eigentlich, dass wir versuchen, äh, das Level noch ein bisschen versuchen, ähm, vielleicht macht es uns sehr Spaß und, naja, was, wir versuchen jetzt noch kurz, drei Minuten oder, und danach beende ich einfach die Folge, so machen wir es, nichts, So, hier drauf, ok, hier dürfen wir auch nicht drauf, wir wollen unsere Tode noch etwas mehr füllen, wir haben jetzt schon 350, so, hier dürfen wir auch nicht, Ah, ich finde, man darf irgendwie nirgends hinspringen, das ist ja das, wie es an dem Spiel, so, ah, das waren die Spitzen, Und würde ich mir merken, wäre das Spiel eigentlich auch nicht so schwer, so, hier kommt jetzt dann der Block, genau, dann können wir jetzt, so, nicht, ich habe aber eine D, ich glaube, dass man, so, nicht, Wo kommt der, hier, so, ich glaube, dass man hier, genau, so, hier unten sind jetzt böse, oh, nein, das hat mich dieser Block auch noch erwischt, aber es funktioniert ganz, ok, Ah, es ist einfach nur immer das gleiche, so, dann springen wir, nein, dann springen wir jetzt auch nicht mehr hin, Und weil mich das Spiel gerade etwas aufregt, machen wir einfach ein Rage Quit, ich bedanke mich wie immer für das Zuschauen, Lasst noch eine Bewertung oder einen Kommentar, oder die Kommentare freuen mich am meisten, ähm, genau, Checkt vielleicht auch meine sozialen Netzwerke durch und die letzten Folgen, ich, genau, das war es jetzt einfach, ich bedanke mich wie immer, Und ich verabschiede mich mit einem kräftigen Töröl.